Warum wolltest du Smart Products & Solutions studieren? Für mich war es wichtig einen zukunftsweisenden Studiengang auszuwählen und das ist bei Smart Products & Solutions absoluter Fall. Wir beschäftigen uns viel mit Datenauswertung, Datengenerierung, Vernetzung von Produkten und Systemen und das wird in der Zukunft eine große Rolle spielen. Wie gefällt dir die praktische Arbeit im Studium? Die praktische Arbeit im Studium macht jedes Mal Spaß. Man lernt wirklich sehr viel dabei und mir war es auch bei der Studienwahl wichtig, dass man das Gelernte gleich anwenden kann. Deswegen studiere ich auch bilusbegleitend, aber auch im Studium kann man in zahlreichen Gruppenarbeiten, Projekten, wie gesagt, das Gelernte gleich anwenden und somit das Wissen gleich in Kompetenz umwandeln. Bei diesen praktischen Arbeiten ist auch immer ganz wichtig, man merkt sofort, wie man mit dem Wissen, das man hat, Menschen helfen kann, dem Kunden helfen kann. Man ist sehr nahe dabei am Kunden dran, man versteht die Bedürfnisse des Kunden, des Marktes und deswegen ist die praktische Arbeit im Studium eigentlich immer, er macht sehr viel Spaß und ist sehr sinnvoll. Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020